Heute wird es mal richtig richtig eklig. Für den Job brauchen wir ein Messer mit flexibler Klinge, wir brauchen eine Schere und zum Schluss brauchen wir noch eine Pinzette. Hier ist mein Patient, das ist die Meeresche, das ist ein Rundfisch. Jeder Rundfisch lässt sich auf dieselbe Art und Weise filetieren im Gegensatz zu den Blattfischen. Mein Fisch ist schon ausgenommen und geschubbt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt kommen wir in die Pinzette. Wir müssen noch Gräten ziehen. Meistens sind immer so zwei, drei, vier Stück vorne, wo der Kopf vom Fisch war. Hinten an der Schwanzhörse ist in der Regel nie eine Gräte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.